Oh Mann, hör bloß mit diesem beschissenen Intro aus, ist ja kaum auszuhalten. Endlich kommen hier mal vernünftige Leute ans Werk. Jetzt muss ich den Typen erstmal wegnehmen. Die ob er... Nuuu? Wer nennt sich auch so beschissen? Unglaublich. Und dann ein wenig gleich ganz losbannen. Noch mal der Noob. Und gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Wunderbar. Noob. Jetzt gehört der Kanal mir.